So, ihr Lieben. Ach so, du bist echt, du bist die Größe trappelt hier, das ich kenne. So, Frühstück im Bett, kleiner Mann. So. Komm her, Mutti. Willst du reingehen? So. So ihr Lieben, dann herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Für den kleinen Mann gibt es jetzt Frühstück im Bett. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Halle und machen ein bisschen Blödsinn, ne? Bevor wir in die Wiese gehen, bevor wir auf die Wiese gehen. Das ist das Beste, ne? Oh Gott, ich weiß nicht, wie wir hier hinlegen sollen. So, aber wir haben die Boxe schon mehr gemistet, ne? Boah. Kann man direkt hier parallel noch Story aufnehmen. Aufnehmen. So ihr Lieben, wir starten unseren Tag. Heute gibt's Frühstück im Bett. So, ihr seht, Lena steht schon parat mit der Kamera. Und wir beiden, also wir beiden, der kriegt Frühstück. Ich hab noch nichts gefrühstückt. Mama? Mama chillt auch. Mama hat auch Essen. Gott, ich muss nicht putzen, sorry. Ne? Aber jetzt ess du erstmal in Ruhe. Und wir füttern die Tanten. Wenn wir die Tanten jetzt nicht füttern, dann gibt's, dann haben die schlechte Laune, ne? Ist das gut? Also, wir brauchen, glaube ich, nicht drüber reden. Ja? Das ist das verzogenste Fohlen hier. Das verzogenste Fohlen auf Social Media. Aber, das muss so sein, ne? Ja. Das muss so sein. Richtig und wichtig. Also, Leute. Viel Spaß. Wie gesagt, seid gespannt, was wir heute für Aufnahmen für euch machen. Seid aktiv. Jetzt war der Text zu Ende. Ja? Hm? Halt! Halt! Wo willst du hin? Hey, du hast gepupst. Oh, der kam von Herzen, ne? Der kam von Herzen, ja? Der kam von Herzen. Guck mal, du kommst doch so überhaupt nicht in dein Futter ran. Ja? So. Ich mach mal ein neues Kompliment, ne? Neues Kompliment. Süße, Mann. Ist unbequem. Du willst aufstehen gerne, ne? Warte mal, komm. Aber die hat die Box auch noch nicht gemacht und die ist noch nass. Mein kleiner Freund, mein kleiner Freund, du bist der Knaller, du bist der Knaller. Da kann man füttern mal deine Tanten, oh Gott. Wollen wir die wegschreiten, wo die aussieht. Wo sind die Spannebürste. Der liegt jetzt voll im Weg. So, Fully putzen leicht gemacht. Alles gut? Ist das gut? Boah, Fully, du hast echt alles gegeben. Schatzi, schatzi, schatzi. Soll ich das so ziehen? Ich kann ja leider keine Decke draufpacken, der Madame. Da bräuchte ich nicht zu putzen. Decke und Scheren. Weil der kleine Mann da 100 Pro irgendwann drinsteckt. Deswegen. Ohne Decke. So. Hä? Ich krieg die auch nicht sauber. So, wir wollen mal hinten zum Druckluft gehen. Gerade du, ne? Kann ich da reinsteigern, wie war das? So, ich fütter jetzt erst mal die anderen zwei. Kein Stress. Ne? Leiden Fohlen. Aber Zoe, du hast ja noch so viel zu fressen in deinem Trog. Ne, inni. Hallo. Ne, nennt's, ne? Püppika. So. Flirt, ich lass mich auch nicht verhungern. So, ich kann jetzt ziehen wir mal eine Weste an. Ne, Schatzi? So, jetzt müssen wir uns mal vorbereiten hier. Hey, hey, hey. Die Stricke sind ganz schön schmutzig. Was haben wir denn hier für ein Huddle drin? Ah, das Mikrofon ist da. So, wir haben jetzt hier echt. Die Stricke sind sowieso dreckig. Mal gucken. Aber wir haben jetzt den da. Und einmal für den kleinen Mann. Und einmal für Zoe. So, Vorsicht. So. Guck mal, das hat mir auf Endgröße eingestellt. So, das war mal einmal so passend. Ne? So, dann kann man hier. Ja. So, komm, Halsschlapp. Feiner Mann, guck mal. Du machst dich ja wie ein, ja, ein großer. Du bist ja echt niedlich. Du bist ja ein echt niedliches, kleines Blütenkohl. Du bist ja so süß bist du. Aber bald kommt der gar nicht mehr hoch. Was machen wir dann? Was machen wir dann? So, komm so, Schatz. So, du darfst jetzt deine Halle. Okay. Ne? Dann müssen wir mal so ein Video machen. Vorher. Ja, vorher, nachher, ne? Wie wir hier rüberlaufen. Ja. Dann gibt's auch dieses eine bei mir aus Tektok, was so viral gegangen ist. Ja. Ich weiß, ich muss es noch auf der Rest zu wollen. Machst du die Tür zu? Ja. Okay. Nein, hör auf. Ich weiß, dass du keine Nervensäge bist, ne? Kannst du mal aufhören? Du alter Stinker, Hannes. Der nervt mich schon wieder. Warte. Zoe, halt, stopp. Oh, Gums. Okay, wir setzen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018